Wenn du dich allergisch an Peanutsch bist, möchtest du noch ein bisschen weg gehen. Der average menschliche Mensch ist ca. 60% Wasser. Das ist ein bisschen extravagant, also wenn du dich in diesem nächsten Test fühlst, ist das normal. Wir werden dich mit einigen Jet-Engine und sehen, ob wir dich auf 20 oder 30 Prozent bringen können. Aber ich habe so das Gefühl, wenn die unteren Tür auf und zu gehen kann, dann geht glaube ich auch diese auf und zu oder so. Also werden wir da später nochmal her hoch müssen. Ah, und ich weiß jetzt, warum wir nicht rübergekommen sind. Weil wir schon wieder behindert sind. Oder besser gesagt, ich. Ich spiele ja, ihr schaut ja nur zu. Was weiß Gott nicht einfach ist bei so einem Idioten. Da aufmerksam zuzuschauen. Was er wahrscheinlich nicht tut. Zack. Ja, Mann. Okay, du bist gut am Mördern. Aber, würdest du das Bördern für mich aufhör? Oh, danke. Böse Söger. Sog. Böse Söger. Aufhör. 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 Ich kann nicht weg. Und wenn du planst, dich auf deinen eigenen Kopf aus und wegge in meine alte Beine. Dann würde mich aufhörern. Wir sind ein Impass. So, was du sagst, du sagst mich runter und mich zurück in meine Beine. Ich behaupte es mal, das ist ein schöner Tier. So, und ich vermute jetzt mal. Dass wir jetzt durchgehen können. Atomic Bomb. Nein, wir können nicht durchgehen. Und ich weiß auch nicht, wie wir da hingehen sollen. Und ob wir da überhaupt hingehen können. Hm. Jetzt ist es eine Frage, die wir nicht antworten können. Das wäre beinahe noch schiefgegangen. Naja, könnt mir ja gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, wie man da vielleicht drübergekommen wäre. Wären. Whatever. Ich weiß es nicht. Irgendwelche Leute, ich will jetzt keinen direkt ansprechen, die sich wahrscheinlich schon wieder das komplette Spiel gespeudert haben, werden das mit Sicherheit wissen. Und wir sind in Teil 7. Ich dachte, ich bin echt in Teil 6 gewesen. Hä, okay, dann bin ich vielleicht doch schon Teil 8 gewesen, wo ich dann hänge. Also, auf alle Fälle war das dann irgendwas mit Geschützen. Ich weiß es nicht mal mehr. Auf alle Fälle war ich hier schon. Und ich weiß auch, wie das funktioniert. Genau. Wir müssen da oben das Ding da aktivieren. So, wie wir können diese rote Flüssigkeit machen, die uns viel Speed gibt. Und wie schön die Flüssigkeit ist. So. Zack. So, dann schon mal da. Wir müssen jetzt werden. Was haben wir denn? Ich muss irgendwie den blauen darüber tun, oder wie? So. Mal schauen. Vielleicht müssen wir einfach immer öfters rüber. Sonst hat es wieder eine neue Aufnahme-Dings uns gebracht. Wunderbar. So, kann ich hier da gleich wieder durch. Und kann da wieder mit Full Speed drüber laufen. Ja, ist ja natürlich ganz schlau. Und jetzt, wie stehen wir am Rässel? Nein! What the fuck is going wrong? Kennt ihr den einen Amerikaner da, der irgendwie immer sein Bruder filmt, wie er eins austickt? Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Der macht eigentlich hier in letzter Zeit irgendwie total selten Videos. Aber der filmt quasi immer, wie sein Bruder eins austickt. Das ist überschleil. Lile ist das. Die, 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 die. We need a body. Die fixe, ich mach immer das feuchte. Die fixe, fortzue. Und dann können wir mit Full Speed Ah, ich glaube, da braucht man sogar das dann. Weil das ist gar nicht mehr. Vielleicht aber auch nicht. Zack. Ähm, zack. Flup. 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 Das hab ich irgendwie nie so recht ganz kapiert. Wobei, muss ich ja, weil sonst hätte ich die Tür ja nie aufgebaut. Aufgebaut. Bauen können. Ah. Gott. Wie ging das gleich nochmal? Ah, jetzt weiß ich, weiß ich, weiß ich Bescheid. Weiß ich Bescheid. Da hätten wir gar nicht das da gebraucht. Gut. Wie, du schiebst mich jetzt nochmal da durch. Denn da müssen wir jetzt... So weit ich weiß... So weit ich weiß... Die Leute halt da hinlegen. Ähm... Ja, jetzt haben wir natürlich... Ein Problem. So. Und durchflutschen. Und gehen wir einfach wieder so durch. Yay. Ja, das war jetzt so ein toller Mauspad-Fail. Das war jetzt so eine Stelle, an der ich auch mal wieder aufgehört habe, weil es mich angekotzt hat. Ja, das ist so eine richtige Dosierung, nicht immer einfach. Das ist das Blaue, wir brauchen aber zuerst das Rote. Und jetzt wird es eben schwierig. Und jetzt wird es ja auch schon wieder zu weit, und vor allem... Ja, ne, das hat gepasst. Aber wir müssen es nochmal machen. Wieder alles zumachen. Dann können wir da wieder das Blaue drauf tun. Das ist krass, wie schnell das alles voll wird. Hier ist die richtige Dosierung wirklich wichtig. Denn es darf nur vorne sein. Aber jetzt weiß ich nicht, ist am Ende das Beste? Ja, am Ende ist das Beste. Aber wann... Man weiß ja nie, wann das Ende da ist. Ja, das war auf jeden Fall schon mal nicht das Ende. Ich probiere es nochmal mit dem... Yay! Ich denke mal, ich hoffe es passt. Jo. Das würde passen. Jetzt dürfen wir dann nicht bloß nochmal irgendwie was falsch machen. Denn jetzt ist es nämlich so... Wir müssen... Ich denke, dass es so ist. Da erst mal runter. Dann da den Blauen hinstellen. Und dann... Zack. Ja, Baby. Ich weiß, dass ich der Beste bin. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Und er kann also... Ich kenne ihn, woher sie sich schicken. Und dann... Es sollt. Wir müssen uns überlegen. Wie weiß ich. Das denke ich mir. ENTER, WE ARE ENTERED kann. Ah, hab ich schon verstanden. Einfach so und dann flupp. Boink. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob wir nicht da auch nach oben hätten können, sollen, müssen, dürfen, müssen, können, sollten. Und zwar denke ich, genau, das denke ich, mit einem epischen Krachen landen wir auf der Plate vor. Diesmal wollen wir aber mit unseren Würfen nicht so unschwimmig umgehen. Genau. Wir nehmen diesmal eher die sichere Art. Wir setzen da erstmal ein Portal hin. Hauen da das Teil hin, da und das Teil dahin. Genau. Denn dann kommen wir hier so angeflutscht, wenn ihr versteht, was ich meine. Sollen wir schon mal probieren? Komm, wir probieren schon mal. Mehr schlimm werden kann es ja nicht. Ich will jetzt mal so ein bisschen behaupten, das war zu weit. Und ich weiß auch, wie wir das ändern können, dass wir da nicht drüber flühen, die Hatschen. Because I know, we must testo machen. Genau. Und bevor wir da runter gehen, müssen wir testo machen. Äh, ja, das war jetzt glaube ich nicht geplant. Yay, es hat sich gedreht. Stimmt das so? Es muss aber noch anders sein. Genau, wir müssen. Äh, jetzt komme ich da nicht hoch, oder wie? Äh. Bueno. Okay, jetzt. Zack, zack. Dann zack. Genau. Da-da-do-do-do-do-do, subscribe.